Hi und herzlich willkommen zu Folge 11 unseres Webhouse-Szenarios mit dem lieben Florian. In der letzten Folge haben wir sehr viel rausgefunden über Bethany und ihre Freundin Maggie. Denn Maggie wusste scheinbar schon die ganze Zeit über, dass Bethany verschwunden ist auf eigenen, ich sag mal auf eigenen Wunsch hin. Und dass gar keine Gefahr gedroht ist. Und das ist ziemlich krass, weil wir dachten ja, vielleicht ist irgendwas passiert mit Bethany. Aber dabei wusste Maggie die ganze Zeit, dass sie freiwillig gegangen ist. Und zwar, weil sie auf der Suche nach einem Heilmittel ist. Wir wissen noch nicht so ganz, ob sie das Heilmittel für sich selbst sucht. Wir vermuten es mal, aber ganz wissen wir es nicht. Und was wir noch rausgefunden haben ist, dass sie scheinbar sich nicht getraut hat, es der WG zu sagen. Und deswegen nur Maggie eingeweiht hat, ihre beste Freundin. Und wir haben auch mit Alex gesprochen, denn vielleicht hat Alex gesehen, dass wir Maggie verhört haben. Und dann kam Alex auch und hat gesagt, Entschuldigung, was ist hier los? Und dann haben wir gesagt, ja so und so. Und dann war Alex auch überrascht und hat gesagt, dass sie dankbar ist, dass Florian auf der Suche nach ihr ist. Sie war plötzlich nicht mehr ganz so gemein zu ihm, sondern hat festgestellt, so okay, hey, der Florian, der gibt sich die ganze Zeit schon Mühe rauszufinden, was los ist. Und eigentlich ist er doch vielleicht gar nicht so doof, wie sie dachte. Natürlich ist es immer noch schwierig zwischen Alex und Florian, aber das, ja, hat der Beziehung wahrscheinlich auch gut getan. Rory ist weiterhin auf Abstand, was Florian angeht. Und ich denke mal, wir werden in dieser Folge auch wieder viel erleben, denn wir werden uns jetzt auf die Suche machen nach dem Lehrer, mit dem Bethany sehr wahrscheinlich eine Affäre hatte. Und viel mehr wissen wir noch nicht, aber ich denke, dass wir heute in dieser Folge mehr rausfinden werden. Ich wünsche uns allen ganz viel Spaß mit der Folge und let's go! So, es ist jetzt 18 Uhr und Florian hat sich früh hingelegt, weil er echt müde war. Und jetzt vibriert sein Handy und er denkt sich so, oh Mann, was ist denn jetzt? Und am Telefon ist Rory und sie sagt, hey Flo, du, ich dachte, wir könnten ja zusammen zur Bar gehen. Auch wenn du gesagt hast, dass ich nicht mitgehen soll, gehe ich natürlich trotzdem mit. Und ich dachte mir, vielleicht holst du mich ab und wir gehen zusammen hin. Jetzt? Es ist noch viel zu früh, der wird wahrscheinlich noch gar nicht da sein. Ja, und? Du kannst ja trotzdem schon mal vorbeikommen und dann gehen wir da zusammen hin. Ja, klar, kann ich machen. Okay, ja, ich komm. Warum will denn Rory, dass ich jetzt vorbeikomme? Die will doch nichts von mir, hat sie gesagt. Obwohl die Nacht echt Hammer war, ey. Naja, ich, geh ich halt hin und hol sie ab. Florian denkt sich jetzt so, wenn ich zu Rory gehe, vielleicht, wer weiß, was sie will. Ich sollte mich umziehen. Ich zieh mir mal was anderes an. Ich meine, ich kann ja nicht immer im selben Oberteil rumrennen. Und das ist voll wahr, Florian, deswegen ziehen wir dich jetzt mal um. Nee, warte mal, jetzt hab ich dein falsches Outfit weggemacht, ne? Der kann sich ja mal ein bisschen aufbreteln für die Rory. Ja, du jaulst jetzt aber mir nicht die ganze Zeit die Ohren voll, Mister. Haben wir hier mehrere Outfits? Ja, guck mal. Ich geb ihm mal was anderes. Aber es muss trotzdem, es muss ihn widerspiegeln, ne? Also, wir können jetzt nicht ganz verrückt werden. Oh! Ich weiß, meine Lieben, dass man das abschalten kann. Ich weiß das. Aber irgendwie gehört es ja auch dazu. Ne? Es gehört ja auch dazu, dass er jault. Er darf sich ja auch frei bewegen, Leute. Ich will ihn ja nicht einsperren, ne? Guck mal, vielleicht mal so einen grünen Pullover. Glitscht ein bisschen, aber sieht schon schmecksy aus, oder? Sieht doch schmecksy aus. Finde ich jetzt nicht schlecht. Können wir ihm mal ein Drei-Tage-Bart geben, vielleicht? Oh, Florian! Hey, du Süßbär! Das gefällt mir ganz gut mit deinem Drei-Tage-Bart. Doch, 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 doch. Ich mag das ein bisschen. Vielleicht können wir ihm da auch mal einen anderen Hoodie drunter anziehen. Weil kann ich nämlich auch nicht mehr sehen. Ja. Nee, Florian. Und er trainiert ja momentan ein bisschen. Vielleicht lässt er jetzt beim Schlafen neuerdings das T-Shirt weg. Weil er seine Muckis präsentieren will. Ja, ja. Hey, da bist du ja. Hey, Rory. Ähm, du bist gar nicht rasiert. Ja, ich hab die ganze Nacht wachgelegen. Ich war ja die ganze Nacht unterwegs. Ich hatte gar keine Zeit, mich zu rasieren. Ah. Ist schlimm? Nein. Äh, ist es okay? Ja. Äh, okay. Nein, ich muss schon sagen, es sieht jetzt nicht schlecht aus an dir. Ähm, gut. Gehen wir bitte rein. Äh, warum? Ich dachte, wir wollten dann los. Du hast gesagt, es wäre zu früh. Also, lass uns nochmal reingehen. Fünfmal freundlich sein zu Rory. Okay. Kein Problem. Vielleicht hat Rory sich auch umgezogen. Oh, Rory zieht sich auch um. Hehe. So, Rory gebe ich vielleicht so ein Outfit. Ich will ja ihren Stil jetzt nicht verändern. Deswegen müssen wir mal gucken. Aber das sieht schon ganz cool aus eigentlich. Ja, da sehe ich sie schon in dem Look. Vielleicht gibt es die Mütze auch in... Ja, wobei, vielleicht lassen wir die Mütze mal weg. Mein Gott, sie ist so hübsch, ne? Ich glaube, sie hat ja Schmutz gerade an sich. Äh, zumindest an ihren Händen. Ah, warte mal, das ist bestimmt hier mit dabei bei Schmuck, oder? Oh, jetzt habe ich ihr die Nägel weggemacht. Mist. Die kann sie gern haben. Ist der Schmutz dann Make-up oder was? Naja, gut, ist eigentlich auch nicht so wichtig. Rory, guck mich bitte an. Oha, guck mal, Leute. Okay, ja, haben wir. Oh, tolle Frau. Willst du dich jetzt setzen? Du hast dich voll schick gemacht. Ähm, nein, ich sehe aus wie immer. Florian, ich habe mich nicht schick gemacht. Doch, doch, du hast dich voll aufgebrezelt. Warum? Nein, habe ich nicht. Ich, ähm... Ich meine, wir gehen in eine Bar. Ich wollte jetzt nicht aussehen wie immer. Also, haben wir ein Date heute Abend? Ähm, oh, nein, natürlich haben wir kein Date heute Abend. Äh, aber es fühlt sich ein bisschen so an, oder? Nein, es fühlt sich überhaupt nicht an wie ein Date. Aber du hast dich so schön rausgeputzt. Wenn du noch einmal sagst, dass ich mich rausgeputzt habe, Florian, dann ziehe ich dir einen über. Ähm, ja, sehr gut. Ich finde trotzdem, dass du toll aussiehst. Ja, und du hast dich nicht rasiert. Aber du meintest, es gefällt dir. Es ist jetzt nicht schlecht oder so. Ähm, aber, naja, ich habe mir auf jeden Fall nicht super viel Mühe gegeben. Siehst aber auf jeden Fall echt toll aus. Und, naja, ich, ähm... Ja, ich meine, wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor wir los müssen. Ja, das mag sein. Und? Naja, ich dachte mir, wir könnten eigentlich, ähm, die Zeit noch verbringen, schön. Florian? Ne, wieso? Ich meine... Oh, süß. Rory strickt. Hey, sag mal, strickst du? Ähm, manchmal. Das Jäckchen habe ich zum Beispiel selbst gemacht. Was? Das ist ja richtig cool. Du bist ja voll talentiert. Ach, jetzt hör mal auf. Mein Gott. Naja. Er stellt dir jetzt eine unanständige Frage. Ich meine, wie gesagt, wir haben noch eine Stunde Zeit. Wir könnten die Zeit gut nutzen. Florian, hör auf damit. Ich habe dir gesagt, es geht mir zu schnell. Und wir gehen jetzt los. Bist du dir sicher, dass wir nicht noch ein bisschen Zeit haben? Ich bin mir sicher, wir... Nein, wir haben keine Zeit. Darf ich dich... Naja, wenigstens... Was wenigstens? Küssen? Ja, ich denke, ein Kuss wird okay sein. Und dann müssen wir aber los. Ja, klar. Ich küsse euch, küsse euch, küsse euch. Hallo, warum hängt's? Küsse euch, küsse euch, küsse euch. Ich bin ready. Oh! Okay, jetzt... Jetzt kommen. Oh! Rory fühlt sich romantisch hingezogen. Ähm, wir müssen eh da jetzt zur Bar. Also, kommst du jetzt? Oh, das sieht irgendwie nicht gut aus. Oh, weia. Wir gehen einfach so zur Bar, okay? Warte mal, er kann mit ihr über seine Ängste reden. Weißt du, ich hoffe echt, dass wir sie finden. Das wäre echt kacke, wenn... Naja, keine Ahnung, die ganze Mühe umsonst wäre, weißt du? Wir werden sie finden, keine Sorge. Außerdem helfe ich dir ja jetzt. Und dann kann gar nichts mehr schief gehen. Ja. Ja, okay. Na gut. Ja, dann lass uns losgehen. Okay, come on. Come on, Leute. Ach so, wo ist denn jetzt die Bar, Leute? Ach, wer hat denn da die Bar entsorgt? Mist, wir müssen eine Bar platzieren. Hoppala, upsie daisy. Habe ich irgendwie verreilt. So, dann schauen wir doch mal Grundstücke. Und dann Grundstücksart nehmen wir Bar. Oh, da sind schon welche coole. Oha. Das ist ja insane. Excuse me. Ach so, wir reisen aber auch gerade, gell? Wartet mal, ich muss jetzt erst mal hier hinreisen. Zum National Park mit Rory. Und dann müssen wir auf dem National Park das Ding ändern. Ja, ja. Oh Mann. Okay, können wir es jetzt hier ändern? Ich weiß gar nicht, was wir hier für eine Grundstücksgröße haben. Oh Gott. 30 mal 30. Ach, du grüne Neune. Dann auch nur 30 mal 30, bitte. Oh. Ui. Ui. Die sieht ja großartig aus. Nehmen wir. Direkt passiert. Es ist eine Bar. Let's go. Okay, das sieht einfach mal crazy aus hier. Das sieht so crazy aus. Okay, Rory, was ist der Plan? Ich hab mal geschaut, ob ich Fotos finde im Internet. Aber schau mal, ich hab nur das von Beth gefunden hier. So sah sie mal aus. Ich weiß nicht, ob ich sie wiedererkennen würde, wenn ich sie sehe. Ich mein, auf dem Bild war sie mindestens zwei Jahre jünger. Natürlich erkennst du sie dann wieder. Bestimmt. Aber, naja, keine Ahnung, wie sieht denn der Lehrer aus? Ich weiß es nicht. Ich hab nichts gefunden im Internet. Oh, Mist, ey. Warum nicht? Müssen die nicht immer irgendwelche Lehrerseitenfotos machen oder so? Nein, keine Ahnung. Hm, okay. Ja gut, dann lass uns halt reingehen und ein bisschen Spaß haben. Spaß haben? Schon wieder. Oh, du weißt, was ich meine. Das ist übrigens auch ein Motel. Florian? Ich will eigentlich nur rausfinden, was hier abgeht. Ja, okay, sonst sehe ich hier nämlich niemanden. Ja, dann lass uns doch mal in die Bar und was trinken, hä? Da ist grad niemand. Lass uns erst mal reingehen. Mir ist arschkalt. Ja, gut, okay. Okay, die beiden gehen jetzt rein und setzen sich jetzt erst mal zusammen hier auf die Couch. Komm, setz dich. Es ist gemütlich. Oh, wir müssen was rausfinden. Setz dich. Ah. Was ist denn jetzt hier für ein Wolfsding, ey? Ganz schön, ganz schön verzwicktes Gebäude. Guck mal, da drin, da sitzt jemand. Vielleicht ist er das. Das ist der einzige Mann im Alter von, keine Ahnung, Anfang 30, der in Fraster passen würde. Wie machen wir das? Wir sollten, naja, vielleicht... Oh, ich hab ne Idee. Komm mit. Äh, okay. Ja, das könnte er vielleicht sein, keine Ahnung. Okay. Ah, ich bin so froh, dass sie endlich ein bisschen Zeit für uns haben. Wir haben so wenig Zeit miteinander. Äh, mach mit. Ja, voll. Ich bin auch so froh, endlich dich wieder zu sehen und ich hab dich so vermisst. Ja, oh, Babe. Ähm, und so gerne, ähm, würde ich auch mehr Zeit mit dir verbringen und... Nimm meine Hand. Ja. Ja, geht mir auch so, weil ich, äh, dich echt total liebe und so. Und... Guckt er rüber? Ja, ich glaub, er guckt. Okay, mach weiter. Ja, und... Hast du grad gesagt, dass du mich liebst? Ja, für die Geschichte. Okay. Okay. Ja, und ich find echt, du siehst heute ganz bezaubernd aus. Ähm, und dein Make-up ist echt wunderschön. Ich... Das bringt deine Augen unglaublich schön zur Geltung und ich finde, dass du das schönste Wölfchen überhaupt bist. Florian? Und ich mag auch deine Stimme total gerne, weil, naja, sie ist einfach sehr bezaubernd und ich mag es auch total, wie du mich immer neckst und ärgerst. Ähm, all das lässt mein Herz immer höher schlagen. Florian? Das gehört alles zur Show, oder? Ja, natürlich. Rory. Natürlich gehört das zur Show. Wir müssen doch, was auch immer du hier vorhast, da gehört das natürlich zur Show. Ja, und ich, äh, geht mir genauso. Wenn ich dich sehe, dann bin ich einfach total verliebt und wenn wir uns nicht sehen, dann spüre ich ein Ziehen im Inneren und hab das Gefühl, dass mich irgendwas zerreißt, weil du zu mir gehörst und ich gehöre zu dir und... Naja, das merke ich seit dem Abend. Ja? Ja. Ja! Ich muss jetzt auf Toilette. Du bleibst hier und vielleicht kannst du ihn in ein Gespräch verwickeln, okay? Ja. Okay. Und das war alles nur Show? Natürlich, Florian, natürlich war das Show. Ähm, bis, bis gleich. Ich geh auf Toilette, ja? Ja. Okay. So, sie setzt sich jetzt rein und wartet jetzt praktisch. Oh, ist das schön. Und er sagt jetzt, ja, wahre Liebe ist schön, nicht wahr? Ja? Ja. Süß seid ihr zusammen. Ihr seid ein echtes... Echt ein tolles Paar, ihr beiden. Und er trinkt nochmal einen Riesenschluck Wein. Danke, Bro. Ja. Trinkst du hier ganz alleine? Ja, naja. Kann ich mich kurz zu dir setzen? Vielleicht können wir einen Schluck zusammen trinken, bis sie wieder zurück ist. Ja, klar, komm. Ja, hier, trink einen Schluck. Ich hab schon ein bisschen viel. Ich sollte bald auch wahrscheinlich nach Hause gehen. Und du, hast du auch so eine große Liebe wie ich? Ich? Ja. Naja, was soll ich sagen? Ich hatte, ich hab, ich weiß ja auch nicht, was ich hab und was ich hatte und was ich nicht mehr hab. Oh, Bro, das hört sich nicht gut an. Ach, was weiß ich? Ich hab immer gedacht, dass ich die große Liebe gefunden hab, weißt du? Ich mein, ich hab sie. Ich hab die große Liebe. Aber irgendwie auch nicht, weil sie ist weg und jetzt bin ich alleine und keine Ahnung, ob ich sie jemals wiedersehe. Oh, das hört sich nicht gut an. Ist sie umgezogen? Keine Ahnung. Sie war von heute auf morgen einfach weg, weißt du? Naja. Und ich weiß nicht, wo sie hin ist und warum sie weg ist, warum sie mich verlassen hat, ohne was zu sagen. Aber es ist egal. Mann, das hört sich echt an, als wärst du krass verliebt, Bro. Ich bin verliebt. Natürlich bin ich verliebt. Unendlich. Ich hätte alles für sie getan, doch sie war weg auf einmal. Ist ihr was zugestoßen? Nein, ich glaube nicht. Sie hat sich an dem Abend von mir verabschiedet. Was? Echt? Was hat sie denn zu dir gesagt? Naja, ich mein, du kennst sie nicht. Vielleicht ist es richtig, mal darüber zu sprechen. Ich hab noch niemandem davon erzählt, weil... Naja, weißt du, alle kennen sie. Du scheinst sie nicht zu kennen. Nein, ich kenn niemanden. Ja, sie war... Naja, meine Schülerin. Oh, wow, was? Ja, das klingt jetzt viel schlimmer, als es war. Sie war in der Abschlussklasse und... Naja, es sind jetzt nur noch die Prüfungen nach den Ferien, weißt du. Und, ähm, wundert mich eigentlich, dass du sie nicht kennst. Ich mein, du bist bestimmt in ihrem Alter. Ja, ich bin ganz frisch hergezogen erst. Noch ganz frisch. Ah, okay, wahrscheinlich, deswegen... Oh, der Wein schlägt mir echt zum Kopf, ey. Naja, auf jeden Fall, ich hab mich früh in sie verliebt und wir waren die ganze Zeit standhaft, wirklich, da lief nichts. Ich hab mich total zusammengerissen und... Naja, und eines Tages stand sie einfach bei mir vor meiner Haustür und sie... Sie hatte einen Platten bei ihrem Fahrrad, weißt du, und sie wusste nicht, dass ich hier wohne. Und, naja, eins führte zum anderen und... Naja, erst war es nur, wir haben jeden Abend telefoniert, jede Nacht. Und dann irgendwann wurde mehr daraus, verstehst du? Ja, ich glaub, ich kann verfolgen, ja. Ja, keine Ahnung. Und ich hab mich noch nie so in jemanden verliebt wie in sie. Und wir hatten ein paar echt wundervolle Nächte. Ich geh jetzt nicht ins Detail, aber wir sind uns wirklich sehr, sehr nah gekommen. Und, naja, zwei Monate später... Ich hab sie in den zwei Monaten immer weniger gesehen. Sie hat sich zurückgezogen, hat sich weniger mit mir unterhalten. Ich dachte schon, dass ihre Gefühle für mich nicht mehr ernst sind. Und, naja, dann eines Abends stand sie plötzlich vor meiner Tür, total aufgelöst, hat geweint und gesagt, dass sie gehen muss. Und ich hab's überhaupt nicht verstanden. Ich wollte sie aufhalten, aber... Sie sagte, sie muss gehen und muss was erledigen. Und, keine Ahnung, sie hat mir geschworen, dass sie mich liebt, dass sie wiederkommt. Und, naja, das ist vier Monate her. Oder ist sie jetzt fünf Monate weg, Leute? Sie ist jetzt vier Monate weg. Ich muss mir das jetzt mal aufschreiben, weil ich eventuell ein bisschen durcheinanderkomme momentan. Sie ist jetzt vier Monate weg. Das ist, was wir wissen. Sie ist vier Monate weg. Oh, okay. Also, sie ist jetzt also seit vier Monaten weg. Und, ja, seitdem fehlt von ihr jede Spur. Ich hab nach ihr gesucht. Ich hab, naja, ich wurde ja auch von der Polizei befragt, natürlich. Und ich hab ihnen das natürlich nicht gesagt, dass wir in einer Beziehung waren. Ich hatte Angst, dass sie mich irgendwie verdächtigen. Ja, aber ich eigentlich weiß, dass alle Mitschüler wussten. Also, ich glaub, ihre WG wusste es auch. Aber ich bin einfach unglaublich unglücklich. Und ich vermisse sie so sehr seit vier Monaten. Ich kann einfach überhaupt nicht aufhören, an sie zu denken. Und, ja, keine Ahnung. Ich will sie einfach nur wiederhaben. Ja, das verstehe ich, Mann. Das ist echt scheiße. Ich wünsche dir, dass sie bald wiederkommt. Hättest du eine Ahnung, wo sie hin ist? Nein, keine Ahnung. Die Orte, die wir zusammen besucht haben, hab ich schon abgesucht. Ich hab sie da nicht gesehen, nicht gefunden. Und, keine Ahnung. Sie scheint vom Erdboden verschwunden zu sein. Und, na ja, sie hat ihr Tagebuch bei mir gelassen. Aber auch da konnte ich nichts Nützliches finden. Das Einzige, was sie geschrieben hat, ist, dass sie es furchtbar findet, ein Wolf zu sein. Und, dass sie irgendwann nicht mehr so sein will. Bist du ein Wolf? Ich riech gar nichts. Nein, ich bin selbst kein Wolf. Und vielleicht war es deswegen, dass sie gesagt hat, sie will irgendwann keiner mehr sein. Keine Ahnung. Ich mein, wir hatten nie wirkliche Probleme miteinander. Aber manchmal war es doch ein bisschen schwierig. Denn sie, ich weiß nicht, du bist ein Wolf scheinbar, oder? Ja, ja, ich bin ein Wolf. Meine Freundin auch. Voll geil. Ja, das ist bestimmt einfacher. Weil die Kräfte, die ihr manchmal entfesseln könnt, die sind schon crazy. Und sie hat mich, na ja. Und jetzt macht ihr so sein T-Shirt runter und zeigt hier eine Narbe. Eine Narbe und sagt, ja, es ging einmal ziemlich heiß her und sie ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Es war nicht schlimm, es hat mich nicht gestört. Aber sie war total außer sich natürlich. Und ich glaube, das könnte natürlich daran liegen, dass sie mich verletzt hat und dass sie dann jetzt sagt, sie will wieder ein Mensch werden. Was weiß denn ich. Aber jetzt ist sie schon so lange fort und ich weiß auch nicht. Ja, hört sich alles ziemlich scheiße an, Bro. Ich hoffe, du findest sie. Ich muss jetzt mal nach meiner Freundin schauen. Die ist schon ziemlich lange weg. Ja, mach das. Ich trinke mal die Flasche Wein leer und ersaufe meinen Kummer. Oh, ja, okay. Jetzt geht Florian schnell rein. Oh mein Gott, du glaubst nicht, was ich rausgefunden habe. Erzähl, erzähl alles. Und jetzt erzählt er natürlich, ey, das ist einfach, die waren wirklich zusammen. Und seit vier Monaten ist Beth weg. Und scheinbar ist es auch so, dass sie sich auch die Monate davor schon komisch bei ihm verhalten hat. Und das passt irgendwie alles nicht so zusammen. Aber sie hat ihn verletzt. Und vielleicht wollte sie deswegen das Heilmittel, weißt du? Okay, ja, das kann natürlich sein. Oh Mann, ey, vielleicht sollte ich das Heilmittel herstellen und sie suchen. Und dann gebe ich sie ihr. Und dann kann sie wieder zurückkommen, weißt du? Ja, das ist eine sehr lobenswerte Idee. Aber vielleicht hat sie es auch schon gefunden und will nicht mehr zurückkommen. Glaubst du? Keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht. Oh Mann, das ist alles ziemlich verzwickt, oder? Total. Wie wäre es, wenn wir uns noch einen schönen Abend verbringen hier? Weiß nicht. Ach, komm schon. Wir könnten, naja, noch was trinken. Und die Bar ist immer noch nicht besetzt vielleicht. Könnten wir uns gegenseitig was zubereiten? Oh, ja, okay. Aber kein Alkohol. Ach, was? Echt nicht? Ja, okay. Ein bisschen vielleicht. So, setz dich mal da hin. Und er setzt sich jetzt auch mal da hin. Oh mein Gott, das Zeug ist richtig stark. Ja, oder? Ich wusste nicht genau, wie die Mischverhältnisse sind. Ich habe mir ein bisschen mehr reingekippt. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin gleich betrunken, Florian. Das macht doch nichts. Ich bring dich eh nach Hause. Ich meine, wir laufen. Das ist viel zu weit. Wir können ja in der Wolfsform laufen. Dann sind wir schneller. Ja, stimmt. Gute Idee. Oh, das zischt wirklich ganz schön rein, ey. Ja, voll. Ich bin echt ein bisschen angedüdelt. Ähm, okay. Und jetzt flirten sie noch ein bisschen miteinander. Und die Dinge, Rory, die du vorhin gesagt hast, ähm, hast du die wirklich nicht so gemeint? Was genau? Naja, diese Sachen über mich und so. Naja, weil... Oh. Weil das, was ich gesagt habe... Was willst du denn sagen, Florian? Naja, das, was ich gesagt habe, das war nicht alles gelogen. Ich habe die Wahrheit gesagt. Ich denke so über dich. Was? Ach, nein. Das war doch alles nur wegen der Situation. Und du hattest Adrenalin oder was weiß ich. Das glaube ich nicht. Ich mag dich echt gerne. Und ich verstehe es, wenn du mich nicht in der Öffentlichkeit treffen willst oder so. Das geht auf gar keinen Fall. Wir sind schließlich Rudelmitglieder. Wir müssen uns voneinander fernhalten. Ja, natürlich. Aber, naja, was spricht denn dagegen, wenn wir uns heimlich bei dir treffen? Ähm, naja, weiß ich nicht. Dagegen würde wahrscheinlich nicht viel sprechen. Ich meine, dort kennt uns doch keiner und keiner weiß, was wir sind und so. Ja, das könnte funktionieren vielleicht. Keine Ahnung. Naja, ich meine, wäre schon toll, wenn wir da ein bisschen, ne? Ja. Okay, dann, ja, lass uns zu mir gehen. Sicher? Bevor ich es mir anders überlege, jetzt komm. Okay, wir kommen. Okay, dann, äh, rein mit dir jetzt. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Wir könnten ja noch einen Film schauen oder so. Also, einen Film schauen? Florian, ich hab keinen Bock, einen Film zu schauen. Wenn schon, dann, naja. Ach komm, wir können ja, ähm, nein, wobei, du hast eigentlich recht. Vielleicht ist ein Film schauen nicht schlecht. Ähm, aber keine Schnulze oder so. Oh nein, Rauferei in der Nachbarschaft war leider grauenhaft. Schade. Ich hasse solche Liebesfilme. So was Romantisches und so was, das ist total nicht meins. Ja, das verstehe ich. Ähm, aber schau mal, die haben gerade, äh, sich geküsst. Das ist doch schön, oder? Ja, das ist ganz nett, aber nicht in diesem Film. Lieber, lieber in echt? Ja, das wäre doch schöner, oder? Ja, knutschen jetzt, come on, ihr beiden. Hm, die sind so süß zusammen. Oh, sind die süß. Die knutschen jetzt die ganze Zeit beim Film gucken rum. Oh, ich lieb die schon ein bisschen, ne? Okay, sie haben sich gegenseitig ein bisschen aufgefressen. Schau mal, äh, was ist denn das jetzt? Ich hab übrigens noch was für dich. Ähm, ich hab noch Nachtisch mitgehen lassen. Wie jetzt? Ja, ich hatte irgendwie Bock auf Nachtisch und ich dachte mir, ich nehm das einfach mit. Hast du es geklaut? Oh mein Gott, das ist ja so köstlich. Oder? Ich dachte mir, dass es dir schmeckt. So, jetzt wo du gestärkt bist, würde ich sagen, äh, gehen wir einen Raum weiter? Oh, das ist also, was du willst. Naja, also, ich sag's mal so, es würde jetzt nicht schaden. Na gut. Okay, abmarsch mit euch ins Schlafzimmer. Ihr Süßmäuse. Liebe machen. Ja. Oh, süß. Aber nicht, dass du mich jetzt wieder rausschmeißt. Nein, du kannst über Nacht bleiben. Ist schon in Ordnung. Ausnahmsweise. Und er schläft tatsächlich bei ihr heute. Und die beiden kuscheln heute Nacht auch ein bisschen und verbringen einfach eine schöne Zeit zusammen. Schlaf aus, Florian. Ich muss schon los. Was? Schlaf ruhig noch. Ich geh schon mal. Ja, war toll heute Nacht. Ja, war schon gut. War schon gut. Wir üben noch ein bisschen, aber es war doch schon ganz gut. Hä, hä, hä. Äh, Rory, ich wollte fragen, was du genau damit gemeint hast, mit dem Üben. Ähm, wieso? Naja, hast du wirklich das Gefühl, dass ich noch üben muss? Naja, ich meinte damit eher, dass wir das halt wiederholen können. Du hast den Wink nur nicht verstanden. Ach so, ja. Kein Problem. So, aber jetzt muss ich wirklich los. Sonst fragt die WG sich, wo ich bleib. Ja, besser ist es. Wehe, sie stellen Fragen, ey. Ja, Fragen können sie ja stellen. Ich werde sie nur nicht beantworten. Oh nein, das Fleisch ist vergammelt. Ih, das isst du doch nicht mehr. Nein. Okay, dann gib mir einen Kuss und geh. Ja, klar. Sie ist ganz schön dominierend in dieser Beziehung. Und ich sag dir nochmal, wenn du das außerhalb meines Hauses machst, dann gibt es richtig Probleme mit mir, okay? Wir haben das nur hier drin. Oh ja, okay. Aber nur hier drin, ja? Ja, das ist doch in Ordnung. Solange ich dich überhaupt haben kann. Und hör auf, nicht zu rasieren. Ich will das so. Das ist toll. Das ist sehr attraktiv. Oh, okay, cool. Ja, ich hab mir schon gedacht, dass ich für dich sehr attraktiv bin. Äh, okay. Tschüss, Florian. Äh, ja. Ciao, Babe. Nenn mich nicht so. Ja, tschüss, Rory. Ja, tschüss, Rory. Okay, okay. Also, Florian ist jetzt wieder im Haus. Wo bist du denn, Florian? Was ist das denn für ein Raum? Den kenn ich überhaupt nicht. Guckst du bitte wieder runter in die normale Wohnung? Oh mein Gott, wer sitzt denn da? Ich wollte die jetzt da hinsetzen. Das ist ja perfekt. Gut, dass sie schon mal da ist. Alex, hey, was machst du hier drin? Was soll das? Ich hab auf dich gewartet, Mann. Wo warst du die ganze Nacht? Ich hab mir Sorgen gemacht. Was? Um mich? Oh, jetzt, wo ich weiß, dass du da unterwegs bist und Sachen rausfindest, ja, mach ich mir vielleicht Sorgen. Nicht, dass irgendwas passiert und du auch noch verschwindest und ich gar nichts weiß. Ja, ich war die ganze Nacht unterwegs. Wegen Beth? Ja, klar. Okay, und was hast du rausgefunden? Naja, ich hab rausgefunden, also ich hab mich mit ihrem Lehrer unterhalten. Oh, und? Naja, er meinte wohl, dass, und jetzt erzählt er ihr auch die ganze Geschichte. Ja, ich wusste, dass die beiden was miteinander haben. Das hat sie mir erzählt und er ist echt ein guter Typ. Ich hab ihn nie verdächtigt, zumindest nicht wirklich. Manchmal schon, aber in der Regel nicht, weil ich weiß ja, wie er ist und er ist eigentlich ein netter Typ. Ähm, ja, der hat jetzt auch die Arbeit geschmissen und so, das ist schon krass, weil jetzt könnten sie offiziell zusammen sein. Er dachte bestimmt, dass wenn er die Arbeit aufgibt, dass sie automatisch zurückkommt, aber naja, sie kam nicht. Keine Ahnung. Aber okay, und, mh, du hast eine Ahnung, wo sie jetzt die letzten vier Monate war? Weiß er was? Nein, er weiß leider nichts, aber ich geb nicht auf, ich verspreche's dir. Ich werde rausfinden, wo sie ist und ich, naja, ich werd, ich werd, ich werd sie suchen. Sie muss irgendwo in der Nähe von Brindleton sein. Sie kann nicht weit weg sein. Sie war zu Fuß unterwegs und ich werde sie finden. Ich verspreche's dir. Versprich lieber nicht, was du nicht halten kannst. Und damit beende ich die Folge, meine Lieben. Ich hoffe sehr, euch hat der Part gefallen. Ich hoffe, dass ihr mitfiebert, dass euch die Story gefällt und dass ihr genauso neugierig seid wie Florian, wie es weitergeht und auf Spurensuche geht. Und lasst mein Video super, super, super gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Das würde mich super freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin jetzt super auf eure Kommentare gespannt. Jetzt hab ich sehr oft super gesagt, gell? Naja, ich bin auf jeden Fall sehr auf eure Kommentare gespannt und ich werde den nächsten Part natürlich erst wann anders wieder aufnehmen. Das waren jetzt zwei Parts, die ich in Folge aufgenommen habe. Jetzt ist erstmal wieder Aufnahmepause. Also bin ich jetzt mal gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Schreibt eure Ideen, schreibt rein, was ihr euch vorstellt, was hier passiert und wie es weitergehen könnte. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, meine Lieben. Auf Wiedersehen und Tschüssli.